Hallo, mein Name ist Bernd Kaiser, ich bin hier der Kraftwerksleiter im Kernkraftwerk Grafenreinfeld. Da wir von außen den Rückbau immer schlecht sehen können, dürft ihr mich heute mal begleiten auf meinem Rundgang. Auf geht's! Musik 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 So, wir stehen jetzt direkt vor dem Kontrollbereichseingang. Um ihre private Kleidung zu schützen, müsste alle Personen sich im Kontrollbereich einmal umziehen. Das mache ich jetzt auch. Dazu machen wir einen kleinen Cut. So, ich habe mich beeilt. Weiter geht's! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, dann gehe ich mich mal wieder schnell umziehen. Weiter geht's. Musik So, nun sind wir wieder vor dem Haupteingang. Ich hoffe, das Video konnte euch ein paar schöne Eindrücke aus unserem Kraftwerk mitgeben. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik